Ja, für den Radiergummi habe ich jetzt zwei Bilder aufgemacht, den Koala, der liegt hier oben und wenn man ausblendet, dann sieht man unten das Bild der Wüste, beides aus der Microsoft Bildergalerie. Wenn man hier den Radiergummi entsprechend auswählt, ich mache mal eine bisschen größere Größe, man fängt jetzt hier zum Radieren an, dann sieht man schon, hier wird entsprechend je nachdem, welche Form ich habe, hier habe ich einen scharfen Rand zum Beispiel, oder ich kann auch entsprechende Formen hier ausradieren, wird die Hintergrundfarbe weiß zum Vorschein kommen, also wenn ich jetzt hier, also ungefähr um dieses Gesicht, jetzt habe ich das Ohr abgeschnitten, nicht schlimm, drumherum radiere, dann habe ich praktisch hier diese weiße Fläche. Es sei denn, dieses Bild hat eine Transparenz, ich zeige jetzt mal den Unterschied, Ebene, Transparenz, Alpha-Kanal hinzufügen, so jetzt verfügt das Bild über den Alpha-Kanal und wenn ich jetzt diese Fläche hier entsprechend freiradiere, dann erscheint das untere Bild, also das Bild mit dem Koala hat eine Transparenz bekommen, das sieht man hier, wenn man das hier ausblendet, sieht man hier dieses Schachbrettmuster, das bedeutet, an der Stelle sind keine Bildpunkte und hier werden dann unter, also drunterliegende Ebenen an der Stelle dann sichtbar, aber nur, wenn dieses obere Bild mit dem Koala praktisch einen Alpha-Kanal hat. Ansonsten habt ihr auch gesehen, was ich hier machen konnte, ich mache das mal kurz rückgängig, und zwar, ich hatte hier eine zusammenhängende weiße Fläche und mit dem Zauberstab konnte ich die entsprechend markieren, sodass ich praktisch dann mit dem Radiergummi nur in diesem Bereich radieren konnte und wenn ich dann also über diesen nicht markierten Bereich kam, dann hat es diesen Bereich gar nichts ausgemacht, ich konnte also nur die Teile wegradieren, wo markiert wurden.